Der Himmel hat sich wieder ein bisschen verzogen, kann man sagen. Wolken ziehen ein bisschen auf. Ich hoffe, es regnet nicht. Ich habe nämlich kein Schirm mit. Ich werde jetzt einmal zu meinem Kumpel ins andere Hotel fahren und von dort aus geht es dann weiter zur Dokumi. Wir sehen uns dann dort. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Auf Wiedersehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. So, die Massen haben sich in Bewegung gesetzt. Los geht's. Die Dokumi fängt an. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.